Also so, um die Stimmung gleich nur wieder zu lockern, haben wir als nächstes ein spanisches, oder besser gesagt mexikanisches Lied. Und was ist wirklich typisch für Mexiko? Genau, da hat er erfasst, sehr gut. Also eigentlich hat der Text ziemlich viel Inhalt, die Quintessenz ist trotzdem noch, dass die Kina klein ist. Und ich würde sagen, das Lied bietet ja auch, dass ihr gleich alle ein bisschen näher rücken dürft, wir beißen nicht. Ja, super Chrissy, so wollen wir das. Adi auf die Bänke, darfst du sich gerne erheben. Das ist ein sehr tanzbares Lied, hoffe ich zumindest. Und Mr. Tontechniker, könnt ihr ein wenig mehr Mikro auf die Monitorboxen hören? Dankeschön. Wir haben so ein Glück mitgeleidnet. Und bei dem Lied bittet sich auch, dass wir einen großen Applaus für den Alex machen, weil, ihr müsst wissen, der Alex, KOK Spanisch, Verstecker Spanisch, hat keine Ahnung von der Sprache, singt es hier trotzdem auf Spanisch und hat eigentlich keine Ahnung, was er singt. Applaus bitte. Wobei, sagen wir es, die Quintessenz, war das das richtige Wort, Michi? Die Quintessenz ist trotzdem noch immer einfach, dass Tequila geil ist. Und das ist ein unbestreitbarer Fakt. Echt. 3. 2. 3. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.